UNTERTITELUNG Du hast bis Sonntag viel zu erledigen. Ich hab zwei Geisel. Einen mehr als nötig. Ich hab keinen Schießvorfehlertsleuten. Er hat zwei Geiseln genommen. Ich muss wissen, wo sie sind und ich muss es schnell wissen. Sie sind sicher, dass Sie da nix missverstanden haben? Wir haben nichts missverstanden. Wir brauchen einfach mehr Zeit. Ich hab aber nicht mehr Zeit! Lass mein Kind in Ruhe, du dämlicher! Firat Astern wird Hamburg Ende der Woche verlassen. Was? Der Innensenator lässt ihn nach Bayern finden. Wir brauchen Astern um jeden Preis. Ab jetzt tun sie genau das, was wir ihnen sagen. Der Firat Astern plant, den Transport nach Bayern für einen Ausbruchversuch zu nutzen. Einen Ausbruch? Was schlagen Sie vor? Ich fahr mit. Hast du die Transportroute? Ich bin mitten in einer ÖLK besprechen. Rote, Uhrzeit und den Punkt, an dem ich aussteige, klar? Nicht. Einen Angriff von außen kannst du vergessen. Alleine keine Chance. Ich brauch deine Hilfe. Das ist ein Teamsport. Deswegen brauch ich deine Hilfe. Nix, mein nicht. Also du musst auch mal ein Pass spielen werden. Wirklich. 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 Wirklich.